Ich bin Katarzyna und ich bin hier auf dem Tiske Sommerfest in Oberhausen, denn es geht wieder an den Start. Ich stehe hier vor der Turbinenhalle, denn es wird gefeiert drinnen und draußen. Beste Musik, bestes polnisches Essen, ein Fest für die ganze Familie. Ich schaue mich hier mal um, kommt einfach mit. Ich schaue mich hier mal um, kommt einfach mit. Ich sehe, ihr seid hier fleißig am Essen. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, das sind Piroggen mit Sauerkraut und Pilzen. Oh, damit bin ich groß geworden. Also das Bigos mag ich sehr gerne. Das kochen wir auch zu Hause auch schon mal. Also ich als Deutscher mag das eigentlich sehr gut. Bigos, und du? Kachanka. Kachanka. Was ist denn bis jetzt euer schönster Moment hier auf dem Tiske Festival? Naja, der schönste Moment war ja, wenn wir da reingegangen sind in die Halle. So viele Leute und so viel Action und Musik und Spaß, also Wahnsinn. Welche Musik magst du am liebsten? Unterschiedliche. Disco Polo. Disco Polo. Seid ihr zum ersten Mal hier? Zwei Jahre war natürlich Corona-Zeit. Haben wir nicht die Gelände. Jetzt haben wir das genutzt. Nach den Corona-Zeiten, das ist auch für uns alle gut. Kini, die die Kultur und die! Das ist Feuer! Das Tiske Sommerfest neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben getanzt, gelacht und gegessen hier in Oberhausen. Was war euer schönster Tiske Moment? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.